So, moin moin und willkommen zurück, selbe Stelle, neue Welle, Tribolus, Let's Play, ein kleiner Talk, auf ne Kippe mit mir, so, ich stehe zwar immer noch ein kleiner Talk in 5 Minuten, das kommt jetzt aber demnächst weg, ich hab nur noch kein neues Bild dafür für den Hintergrund, das wird jetzt einfach nur noch ein kleiner Talk, der sich zwischen 5 und 10 Minuten aufhält, viel gesagt und doch nichts gesprochen, oder wie war das, heute, um was geht es sich mal heute, heute geht es erstmal darum, dass ich mir Zigarette in den Mund stecke, und mit meinem Elektrofeuerzeug anzunehmen, so, was haben wir heute mal für ein Thema, heute haben wir mal das gute Thema, der Streik der Deutschen Post, so, also, die Recherche der Deutschen Post und so weiter, also des ganzen Streiks, lässt mich zu einer Erkenntnis kommen, dieser Streik ist mehr als gut, dieser Streik ist nämlich nötig, dieser Streik ist sehr nötig, also, Um was geht es den Leuten, also, sagen wir mal erstmal gar nicht der Verdi, sondern um was geht es den Postboten, ne, in Anführungsstrichen, den Postboten, in Anführungsstrichen geht es hauptsächlich darum, sie wollen nicht ausgelagert werden, denn die Deutsche Post möchte gerne ein neues, beziehungsweise hat schon bereits eine neue Tochter, ein neues Tochterunternehmen gegründet, DHL Delivery oder irgendwie so ein Quatsch, womit sie halt Lohnkosten senken wollen, sie wollen nämlich Leute gerne entlassen, aber gleichzeitig behalten und in ein Tochterunternehmen auslagern, dieses Tochterunternehmen hätte nämlich den Vorteil der Deutschen Post gegenüber, eine Gewinnsteigerung, weil wenn sie dir nicht mehr 21 Euro zahlen müssen, sondern 8,50 Euro, ja, dann, ne, ist ja in Ordnung, für die gleiche Arbeit oder sogar noch für mehr Arbeit. Dass sich die NGG, hätte ich beinahe gesagt, die, wer die dafür stark macht, dass dieses nicht passiert, ist wohl kein Geheimnis. Ganz anders als beim Streik der Deutschen Lokführergesellschaft GmbH und AG, KKG, hast du nicht gesehen, also, ähm, was die DGL, die Degenerierten da gemacht haben, also ich kann diesen Namen auch schon nicht mehr, GDL, ich kann diesen Namen schon nicht mehr aussprechen, Gewerkschaft Deutscher Lokführer, die Lokführer sind die Leidtragenden, das sind auch die, die mir Leid tun, dieser Machtkampf von dem anderen Vogel da, von dem Herrn Wierschnewski oder wie der hieß da, was weiß ich. Das hat mich aufgeregt und das ist das, was die Leute sehen müssen, dass die Leute, die zum Streik aufgerufen wurden, teilweise doch gar nichts dafür können. Ja, sie hätten natürlich Streikbrecher werden können, aber wer macht denn sowas? Kein Mensch. So, gut, okay. Also, was die Verdi da veranstaltet, ist ganz gut, also meiner Ansicht nach. Ich habe bereits vor dem Streik, ja, das gibt's doch nicht, Alter. Ne, WhatsApp-Call, Alter, da gehe ich doch nicht ran. Das ist mir ja egal. Kann man ja nicht mal ablehnen. Gibt's ja wohl nicht. Nein! Ist ja unglaublich. Weck mit dem Handy. Tschüss. Bin gerade am Aufnehmen. Sorry dafür, für dieses OOC. Ich rendere das doch immer nicht. Okay. Also, bereits bevor der Streik losging, bevor der Poststreik losging, habe ich bereits gesehen, ich habe jemanden bei mir in der Freundesliste bei Facebook, dass die Verdi da schon mal mobil macht. Und da konnte ich schon sehr, sehr viel über diesen ganzen Poststreik lesen, der halt jetzt da ist. Aber als die Verdi noch gesagt hat, ne, wir müssen da was tun. Also, diese Auslagerung der Arbeitskräfte ist wirklich eine Dreistigkeit. Bei der Gewinnmaximierung, die die Deutsche Post hat, ich meine ganz ehrlich, die Deutsche Post rühmt sich damit. Auf der Internetseite der Deutschen Post DHL Group steht nämlich, Konzertenumsatz im dritten Quartal, Klammer auf, 2014, Klammer zu, auf 14 Milliarden Euro gestiegen. 14 Milliarden. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer hat denn was davon? Wer hat denn was davon? Der kleine Mann, der die Post austrägt? Pff, wohl nicht. Wohl nicht. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ich zitiere von der Seite arbeitsunrecht.de Die Mitarbeiter der Deutschen Post AG haben im letzten Tarifvertrag Zugeständnisse bezüglich Pausenregelungen und Zuschlägen gemacht und niedrigere Einstiegslöhne akzeptiert. Nun ist es an der Zeit, die Beschäftigten an den Milliardengewinn zu beteiligen. Sehe ich genauso, weil ich meine, die Leute, die beteiligt werden, die können ja gar nichts, die haben ja gar nichts damit zu tun. Diese fließen bislang in die Taschen der Hauptaktionäre. War ja klar, ich meine, Deutsche Post AG. Zu denen die Bundesrepublik Deutschland mit derzeit 21% vertreten durch Finanzminister Wolfgang Schäuble sowie der US-Investor Blackrock mit 5,48% der zusätzlich allen 29 DAX-Unternehmen bla bla bla. Also, 21% geht natürlich schon mal in den Staat, weil der Staat hat ja immer noch die Hand auf der Deutschen Post. 21% das ist eine ganz schöne Menge, wenn ich das mal so sagen darf. Und die pumpen sich die Taschen damit voll, dass die Post so einen immensen Anstieg hat. Das nächste Ding ist, niedrigere Einstiegslöhne. Ja, und was machen sie, als jetzt hier die 8,50% der flächendeckende Mindestlohn kam? Die haben sie dann nochmal angezogen. Warum? Weil sie jetzt ja 8,50% zahlen müssen. Ach, komisch. Ist ja richtig mysteriös. So wird man verarscht. Ne, also wirklich, ich muss sagen, der Deutsche Post oder die Deutsche Post, das ist eine Verarsche vor dem Herrn. Ich meine, die Verdi fordert weiteres. Finde ich jetzt nicht so gut. Ich meine, kann man machen. Ich suche es gerade. Wo haben wir es denn? Der Betriebsrat der Deutschen Post. Also, hier die wichtigsten Punkte aus dem Verdi-Angebot an die Deutsche Post AG. Verbot von Änderungs- und Beendigungskündigung bis 2020. Ausschluss von Fremdvergabe bis 2020. Festvertrag für alle Befristeten, die am 31.10. ein Jahr beschäftigt sind. 500 Euro Einmalzahlung zum 1.8.2015 und ab dem 1.8.2016 Lohnerhöhung. Rückführung der Delivery GmbH in den Haustarifvertrag und das ist nämlich der Knackpunkt befristet bis Ende 2020 langsameres Ansteigen der Lohnstufen für nach dem 1.11.2015 eingestellten Arbeitnehmer. So, diese 500 Euro sind aus meiner Sicht als Einmalzahlung absolut gerechtfertigt. Die Post macht einen Milliarden Gewinn. Milliarden Gewinn. Und der kleine Mann, der kriegt nichts. Die Bundesregierung, die steckt sich die Kohle ein. Und diverse andere Unternehmen. Und der kleine Mann, wird ja schon immer auf dem Rücken des kleinen Mann alles ausgetragen. Also ich kann bei diesem Thema wirklich Enrage gehen. Dann genauso dieses Ganze, was durch die Medien im Moment geht. Also wenn man jetzt tatsächlich mal ich mach das mal gerade Post Streik Streik mit CK Post Post Streik einfach Post Streik. So, jetzt klicke ich auf News. Das erste, was ich sehe, sind solche Dinge. Was müssen Kunden jetzt wissen? Alternativen für murrende Kunden. Manager sortieren jetzt selber Pakete. Das ist ja erstmal eine reine Public Reaction. Also das ist eine reine PR-Geschichte. Was Kunden jetzt wissen müssen. Was Kunden wissen müssen. Der Post Streik und den Bericht fand ich am geilsten. Da möchte ich gar nichts draus rezitieren. Der Post Streik und seine in Klammern kuriosen Folgen. Ja, was stand da drin? Viel Text für keine Aussage. Denn was sind die Folgen? Mehr Arbeit für die Postler. Ich möchte es mal als Postler sagen, weil Postbeamte gibt es nicht mehr. Postboote ist ja kein Bote. In dem Sinne. Also, was für Folgen hat das Ganze denn? Nisch. Gar nichts. Die Post kriegt jetzt erst mal richtig einfuhren vom Kahn gedübelt. Finde ich auch richtig so. Ich meine, wenn man hier mehrere Milliarden Umsatz macht und Gewinn macht und diesen Gewinn, weil man den Hals wieder nicht voll genug kriegt, den dann noch zu maximieren, indem man bei den Löhnen des kleinen Mannes ansetzt. Nee, geht gar nicht. Also, dieser Streik, aus meiner Sicht, absolut gerechtfertigt. Wie ist eure Sicht zu dem Streik? Schreibt es mir in die Kommentare, diskutiert mit mir gerne in den Kommentaren darüber. Meine Zigarette ist aufgeraucht, mein Handy ist beiseite geworfen, einen WhatsApp-Call gehe ich sowieso prinzipiell nicht ran. Haha, zwinker, zwinker. Gut, würde ich sagen, schaut am Montag wieder rein, wenn es wieder heißt, auf eine Zigarette mit Trivolo, ein kleiner Talk. So, und bis dahin sage ich, bleib mir gewogen, bleib mir treu, haut rein und tschüss.